Hallo zu diesem Video. Als Einsteiger in Power BI kann es oft schwierig sein, die Kontrolle über die Datentypen beim Importieren von Daten zu behalten oder auch wenn bereits Daten importiert sind. Ohne die richtigen Einstellungen kann Power BI automatisch die Datentypen von Spalten ändern, was Auswirkungen auf die Performance der Abfragen und die Genauigkeit der Ergebnisse hat. Aber keine Sorge, es gibt einige Schritte, die man machen kann, um sicherzustellen, dass die Datentypen beim Importieren von Daten korrekt behandelt werden. Dazu gehört das manuelle Festlegen von Datentypen, das Verwenden von Power Query oder auch das Erstellen von Skripten, um die Daten vor dem Import zu formatieren. In diesem Video sehen wir uns das nun gemeinsam an, wie man diese Schritte durchführen kann, um sicherzustellen, dass die Datentypen beim Importieren von Daten in Power BI korrekt behandelt werden und natürlich auch, welche Auswirkungen das auf die weitere Verarbeitung der Daten hat. Nun haben wir Power BI bereits geöffnet und haben dort eine Tabelle bereits importiert. Der Weg zum Ändern des Datentyps einer Spalte beim Datenimport in Power BI besteht aus mehreren Schritten. Zunächst sehen wir uns aber den Dateninhalt an. Dazu wechseln wir in die Datensicht und dort haben wir nun die Ansicht dieser Tabelle. Dort sehen wir die Spalten Produkt, Kunde und dann vier Quartale sowie das Ergebnis. In unserem Fall möchte ich das Ergebnis zu einer Ganzzahl verändern, da sie diese auch teilweise Dezimalzahlen vorhanden hat. Das wird unser Beispiel sein. Wie mache ich das nun? Nun, wenn die Daten bereits importiert sind, gibt es die Möglichkeit, im Datenbereich durch einen Rechtsklick auf Abfrage bearbeiten zu gehen. Das kannst du natürlich auch hier in der Datendarstellung machen. Dort hast du auch die Möglichkeit, Abfrage bearbeiten. Nun führen wir das aus und erhalten nun ein neues Fenster und zwar der Power Query Editor. Dort habe ich die Möglichkeit, Daten nochmals für meinen Geschmack zu ändern und zu transformieren. Wie eingangs erwähnt, möchte ich das Ergebnis aber von einer Dezimalzahl zu einer Ganzzahl ändern. Dazu habe ich das selektiert und kann nun im Menü unter Transformieren im Bereich Beliebige Spalte hier Datentyp diesen einfach ändern. Ich wähle die ganze Zahl aus und erhalte nun einen Hinweis, ob ich den Spaltentyp ändern möchte und dass das natürlich auch hinsichtlich der Daten Konsequenzen bzw. Folgeschritte beinhaltet. Ich sage aktuelle Ersetzen und wir sehen bereits hier, dass die Dezimalstellen verschwunden sind und nun Ganzzahlen vorhanden sind. Als nächstes, wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, wähle ich noch aus Schließen und Übernehmen und habe dann nach etwas hokus pokus die Möglichkeit, meine Daten nun entsprechend darzustellen mit dem gewünschten Datentyp. Und wie man nun erkennen kann, beinhaltet das Ergebnis nun ausschließlich Ganzzahlen. Bevor wir weitermachen, bitte diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank! Des Weiteren habe ich auch die Dokumentation zu diesen einzelnen Schritten in einer PDF-Datei bereitgestellt und ihr findet diese unter diesem Video in der Beschreibung. Dort habe ich nochmals die einzelnen Schritte zusammengefasst, damit ihr euch zu einem späteren Zeitpunkt mit dieser Anleitung einfach die Schritte nachvollziehen könnt. Nun sehen wir uns das an, dass wir den Datentyp bereits beim Importieren ändern. Wie machen wir das? Und zwar indem wir die Tabelle nun löschen und sozusagen von grüner Wiese neu einen Datenimport erstellen. Ich lösche auch die Darstellung und beginne nun mit Daten abrufen und der Auswahl einer Excel-Arbeitsmappe sowie meine Daten, in diesem Fall der Umsatzbericht auszuwählen und habe nun eine Vorschau im Power BI Navigator zu dieser Excel-Datei. Und hier sehen wir bereits die entsprechenden Spalten und Werte. Nun ist der wichtigste Schritt beim Datenimport, hier auf Daten transformieren im unteren Bereich zu klicken. Damit gelangen wir wiederum in den Power Query Editor und können dort wiederum die Spalte selektieren, auf Transformieren navigieren und dort den Datentyp auf Ganzzahl ändern. Zu guter Letzt klicke ich auf Schließen und Übernehmen und habe nun meinen Datenimport bereits vorm Importieren entsprechend angepasst und erhalte nun in der Darstellung wiederum das entsprechende Ergebnis in Ganzzahl Darstellung. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen beiden Varianten sowohl vor dem Import als auch nach dem Import die Datentypen durch wenige Klicks anpassen bzw. ändern. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg! Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!